um Euro und jetzt kommt es ein Rücksicht von Menschen mit dem Jan K 22 1 ja auch heute muss jetzt ist er das ist ganz gern und werden wer hat was die wenn ich nicht Fremde Personen sind sie nicht erwünscht die Eipzig Scheiß und P3 März woher kommt er wir haben den gar nicht eingeladen er bis wir hatten vor allem ich habe ihn gebannt was er ich habe die ich doch die Bahn uns zum Ernst vor allem ein Mensch weil er so dumm ist der hat bestimmte illegale Wörter gesagt dazu sag ich nur hier Warte jetzt ist er gebannt kannst du auch wieder atmen ähm 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 ich habe den gerade ehrlich gewarnt alter Scheißhacker lol alt alter wenn ihr jetzt noch was ins Skype sagt ich gehe so ausrasten ich sagte ich raste so aus hallo Freunde da nein nein oder was dein Ernst du geburt ein Hacker ein Hacker ein Hacker Moment so ach schade ich konnte ich konnte Hacker nicht auf dem Server finden Hacker gibt es nicht auf dem Server ich habe es gleich Hacker geschrieben einfach voll stumpf ja aber ich muss auch mal im Duschen glaube ich ich bin eigentlich gar kein Hacker ich kann mal essen ein bisschen geschlechtertypisch weiß ja dank fürs Kompliment aber jetzt hat er zurückgestellt also ich kann mit vielen Essen nach Hause auf jeden Fall fuck mein Tablet und jetzt hat einfach mal nur noch 4 Prozent joo das ist ja nur der Timer drin aber pf das wäre nicht die Folge um eine Stunde überziehe das ist ja immer mehr das ist ja immer mehr ein letzter ein Ziel als du wer ja das ist die Schimpfung ach so ich bin ja Hacker ich kann mich immer wieder rein jetzt so etwas gewohnt die 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 so mächtigte Gassiker gebannt ich praten ich komme sofort wieder Jungs Hallo? Könnt ihr denn jetzt... Das macht sich aus. Die macht sich aus. Doch. So. So seid ihr jetzt bereit? Ja klar. Oh ne, ich sollte jetzt nicht auf Skype-Penster klicken. Wenn er nicht reden kann, kann ich ihm auch nicht helfen. Kannst du mich TPen? Ah, geils Tag. Äh, noch nicht. Doch, bei mir ist Tag. Ja, nein, noch nicht TPen. Aber das ist die Schmerz. Wisst ihr, was ich überlege? Wir bauen ja einen Berg, dass man das vielleicht so machen soll. Ey, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, warte. Ich hab ne Idee. Ähm. Ich überlege gerade nur, ob ich das machen soll. Was denn? Brauchen wir Zuckerrohr? Ja. Okay, ich hab schon was geholt. Ich brauch nur Katzen. Sprühe mehr mit. Ja, und Schatz, der Einfluss, Zuckerfail. Eti weiß, was? Ja, du kennst doch den Zuckerfail. Ach so. Ja. Das ist eine dumme Sache. Ja, dafür, wo ich, war das, dafür, wo ich dich gekickt hab? Nein, der hasst mich nicht für gekickt, für Dummheit. Ach, warte. Okay. Ich muss den mal eben wegen Dummheit kicken. Wen? Ja. Nicht mich, nicht mich, nicht mich. Ich hab doch schon, ich hab doch schon gekickt, wegen Dummheit. Wen denn? Wieso suchst du eigentlich den jeden Tag gegessenen Opfer aus? Geh. Es gibt hier gar kein Opfer. Weil der erste Züger war, was ich jetzt ist, Jamkau? Nein, aber er hat gesagt, ich hab ihn dafür noch nicht gekickt. Da muss ich ihm das nochmal, den Kick reinwirken. Alter, sieht in den Betten gar nicht so schlecht aus. Ich kann's ja mir nicht angucken. So, wir haben noch knapp zehn Minuten, um ein Schäppet ist gleich leer. Wisst ihr, wie kacka das ist für mich? Ich war... Ja, du musst eigentlich mal zu mir kommen. Ich hab jetzt gerade richtig geile Sachen gebaut. Hast du unten den Keller schon ausgehöhlt? Nee, aber geh mal hoch zum Lagerraum, wo der hin soll. Ja, das meine ich damit ausgehöhlt. Ja, guck mal da, wie's aussieht da. Richtig geil auch. Werd ich gleich mal machen. Ich setz hier grad... Kann mich immer mal zu pinnen? Nein. Slash Sheet? Naja, aber ich weiß nicht mal, wo ich dann... Slash Band, verdumm. Warte, du hast doch F3. Okay, kannst dir F3 die Koordinaten nachgucken. Außer hast du eine Motz? Nein, natürlich nicht. So. Da musst du hinlaufen, zu dieser Koordinate. Guck unter F3 einfach. Okay. Und sei nicht so nervig. Ups. Ist Lava. Ja, äh, Moment, bitte fall rein. Ich wollte ja nur mal sagen, ich hab Bläderrüstung, ich hab ne Enderpärle, ich hab Haufen Essen. Das war Scherz, das war, folgend, das war Scherz. Was? Das war auch nur ein Scherz, ich soll natürlich nicht reinfallen. Und ich guck nachher mal nach, wer wie viele Tiere getötet hat. Ich hab sehr viele getötet, das kann man nicht erzählen. Äh, doch, ich hab nen Counter drin dafür. Ja, genau. Und ich kann, warte, Slash, Gorbott, warte, mach ich nachher Erfolge. Das kann ich nämlich gleich auslesen. Aber ich find das mit Betten gar nicht so schlecht, die sind nämlich jetzt im Boden versteckt. Hier ist Leben. Gut abbauen, brauchen wir es noch. Ich glaub nicht. Das werd ich auf jeden Fall noch gebrauchen wohl. Ich will jetzt bringen wir endlich die Bricks. Herr, ich brauchte doch für den Dings. Hab ich doch gesagt, für den Gäste, ich brauch die für hier. Ich hab die auch, ich hab die auch gezielt, ich hab die auch gezielt, ich hab die auch gefahren. Wofür, was wird denn daraus bauen, sag mir das? Ja, hier für den Lagerraum brauch ich die, weil Korbis so sieht der für Scheiße aus. Lagerwollschicht, zwar nicht aus Kabel, aber so. Holz oder hier, die Riede. Die haben wir doch hier auch am Berg. Nö. Gib mir einfach break, ich hab die doch schließlich auch gefahren dafür. Wenn ich jetzt wüsste, wo die sind, ja ich suche, ich mach mal. Im Ofen, im Ofen. Nein, da ist ja nichts mehr. Guck mal, ob die unten in der Kiste sind. Ja. Weiß das jetzt so witzig wäre, sind wir? Ich hab einen Ungebrannten gefunden. Fakt, das war auch falsch. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt ausrasten, weil ich die nur, und nur den ungebrannten Ton gefunden hab. Das soll ich noch was sagen, warte. Alter, du leckst voll bei mir. Hier. Nein. Wer? Ja, guck mal. Ja, guck mal, hier, ich bleib mal stehen. Schlag dich mal, dann seh ich mal, wie du bei mir leckst. Warte mal stehen. Ja, wenn du mich schlagen willst, weil ich nicht mehr da bin, aber egal. Ja, das ist voll scheiße. Wir kommen nicht hoch. Ja, das kann ich ja gleich nachher voll machen. Habe ich nämlich gerade vergessen. Und wir gehen, wir gehen. Zipil mich irgendjemand. Nein, zipil mich. Erstmal so lange wie ich das noch nicht eingestellt hab, erstmal nicht, weil ich finde das scheiße, wenn ich jetzt hier, dass die ganze Zeit eingeben muss. Ich hab dir gerade die Koordinaten geschrieben. Da muss ich den laufen. Kannst du unter F3 gucken, wo das ist? Ja, oder du ziehst sie eben im Mod eben mit rein. Jetzt komm. Bringt doch nichts. Für ihn. Er kann sich ja immer noch nicht zipil dann. Hey, ja, aber jetzt sieht die Koordinaten. Warte, du kannst doch, ey, da wie das sieht. Du Hecker kannst doch einfach, du kannst doch, so wie letztes Mal, einfach die ganze Zeit dich killen oder so wieder. Oder die ganze Zeit, du bist zu mir zu PIN, kommst du in die Konsole. Ja, jetzt bist du keine Hecker mehr. Das war ja nur so ein Spaß. Ja, beim letzten Mal war es Spaß. So, ich guck mal, was du gebaut hast, okay? Ich? Ja, und nachher dürft ihr euch natürlich... Ja, da, was ich verlasse jetzt auch noch. Ja, tschüss, Daniel, was ich mache? Du kannst doch hier hinlaufen. Na, ich weiß nicht, wie die Koordinaten gingen. Boah, ich hab's hinterher auch geschrieben. Oh, hier! Ist das so dumm oder ist das denn nur so? Ich bin nur so. Nee, ich bin zu dumm. So. Boah, na, na, na. Boah. Am liebsten nicht, dass es lässt man machen für Dummheit. Aber mit dem Fenster sieht er gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss dann gleich noch mal hin, warte. Ihr wollt kein Ton haben? Doch. Keine Enderperle? Doch. Keine Enderperle? Ich hab ne Kartoffel, ich hab ne Kartoffel, ich hab ne Kartoffel. Wer, du baust die irgendwo hin, ich sag dir. Oder wer, du bist die dafür, gibt's nämlich nicht nur ein Band dafür, gibt's noch... Dann komm ich zu dir und bring dich um. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Ich hab deine IP. Ja, ich hab aber ein Proxy drauf. Ach, klar. Am liebsten nicht grad sagen, und ich bin... Du kannst es dir schon denken. Kannst du mal aufhören, immer so zu denken, wir sind... Das war schlimm, die zweite Weltkriegszeit. Nein, das meinte ich nicht. Wisst ihr, was ich grad überlege? Ich kann ja mit Comment-Blocken arbeiten, dass man hier mit so Türen macht, dass da ein Schild ist auf zu. Oder halt, dass man, wenn man hier angelaufen kommt, dass sich die Tür hier öffnet und zu macht. Halt ohne Pisten. Das sieht besser aus mit Comment-Blocks. Als der Set-Block. Und ich guck mal eben, ob ein Tablet überhaupt noch Saft hat. Ja, hat noch ein Prozent, aber... Ja, ja. Gut. Müsstest... Dabi, warst die? Ja. Habt ihr denn gleich nachher... Oder sollen wir jetzt schon mal beenden, eben die Folge? Ich hab noch Zeit. Ich hab noch Zeit. Nein, ich will euch das ja gleich auch mal eben zeigen. Dann geb ich euch Spekt... Oder kommt ihr eben hoch im Spectator. Ja, gib mir eben. Bitte? Äh, ja... Warte. Noch nicht hochkommen, okay? Ich hab F9 an, warte. Ich muss den F9 rausnehmen. Bist du denn schon im Game-Out? Und da... Warte, ich muss den F9 raus... Hä? Ey, wieso hab ich jetzt F9 an? Bin ich irgendwie dumm? Sei still. Da, du hast die Jumka. Ja, also kommt hier hoch? Dann könnt ihr schon mal einfach... Ey, mach mal was an Klappen. Na, egal. Ja, kommt hier eben hoch? Ich könnte ja einfach außen rumfliegen jetzt. Ich bin aber direkt gekommen. Ja, ihr wisst, dass ihr euch nicht seht. Deswegen... Ich mach jetzt was, bleibt mal stehen. Kannst du gar nicht. Ich war echt vor, ich bin zwar nur... Ihr seid uns veraust, das ist ja... Warum ihr seid im Spectator? Ihr könnt ja eh nichts machen. Hier guckt euch mal die Betten an. Wie findet ihr das so als Idee? Gut, ey, ich guck mal nach dir, wo ich die ja bin. Schreib mir die Koordinaten auf. Nein, ey, guck mal. Wenn du das machst, ich... Ich werde dich gleich eh wieder ausmachen. Ey, das mit dem Bett sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, kommst du jetzt. Geht ihr nach unten wieder. Ich mach euch jetzt sonst alle gleich Game Out. Und wenn ihr oben seid, wir müssen... Alter, du musst dich mal... Ich bin Game Out. Ja, kommt hier hoch. Also runter, mein ich jetzt. Ich mach... In 5... Geht ihr alle auf den Boden nach draußen schon mal. Ich mach mich wieder Game Out. 2. Äh, 0. 2. Warte, 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 warte. Und 5... 4... 3... Also da, wie war's. Die Countdown. 5... 4... 3... 2... 1. Ja, ich bin jetzt zu Hause. Und Jamka? 5... 4... 3... 2... 1. So. Ich brauchte was zu essen. Ja, warte, ähm... Ich komm eben runter. Ofencraften. Ich hab doch... Ja, ja, Kohleier hab ich. Ey, wenn du in Ofencraftest, ich... Dafür gibt's einen Bann. Ich hab schon genug Of. Ich musste aber in Craften, weil ich nicht nach oben konnte. Und dass die Claren noch mehr Brennungszeige Kraften. Ja, aber nicht noch mehr, Craften, inzwischen haben. Hab ich schon mal. Wir können... Wir können nicht nach oben. Ja, geb ich euch gleich nachher Folge. Hier, da liegt Essen. Spaß, du. Essen, essen, essen. Hör auf. Ja, ich wollte... Brauchst du essen. What? Alter. Ich hab nur aus... Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Hallo, das war aus Versehen. Hast du so? Das hat nur um mich geschlagen. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hab um mich geschlagen. Sorry, dass ich dich aufgepasst habe, wie viel Herbst er hat. Ja, ich bin eh vollkommen hier. Warte, genau. Zuerst da, wie was sie. So, und jetzt du. Könntet ihr mir das Fleisch geben schon mal? Das Rohr? Nee, ich muss jetzt erstmal bei dem Ventar sortieren. Ja, Entschuldigung, ich musste mich so... Ey, Davi-Bass, du bist doch auf mich zugekommen. Ja, dass ich dich einmal schlag... Ja, aber dass du Davi-Bass, die dann tötest. Hä, ich hab du nicht gesehen, wie viele Herzen er hat. Ich hab einmal nicht aufgepasst. Ja, du hast es nicht gesehen. Ey, guck mal. Oh, ich hab nicht gesehen, dass du noch ein Herz hast. Entschuldigung. Ey, Tico, mehr. Ja, warte. Ja, sorry. Ich glaub immer, ich laufe auf zu rufen. Warte. Hör auf, hör auf. Ich weiß aber, dass ich noch ein Hit geben hätte müssen. Weil da ich kein Kritik gemacht habe. Komm her. Ich sehe, weil ich Kritik zu da habe. Hau ab. Hau ab. Bleib weg. So lange wie ich rege... Warte, ich bin voll, deswegen, warte. Ähm, danke. Warte. Wer hat sich das Eisen genommen? Ich brauch ein Neu Pick-Ecks. Ähm, David, was sie? Ja. Warte mal, nimm mal eben das. Ich hab grad kein Eisen. Ja, das nervt, wir können hier hoch. Ja, wir haben hier oben auch noch keine Kisten. Warte. Aber ich würd dir das eh sagen. Du nutzt dein Poupet doch eh immer nur aus. Ja, ich wollte jetzt die Folge beenden und euch die Teleporträchte geben. Aber was, nö, nö, da nicht. Dann, ihr braucht es ja nicht. Ich mich scheiße, da jetzt. Ich hab mich gar nicht mal beschweren. Warte, Jamca, ich... Also die Folge müsste ich jetzt eh beenden, aber... Ich hab ja gesagt, ich hab ja noch die Rechte, die Wesen für das TPG. Aber, ja, du Meckas ja nur und willst es ja nicht haben. Also, kriegst du die Rechte für nicht. Du bist es da, wenn du sie bekommst, weil er nichts gesagt hat und du nicht, weil du jetzt... Nur Meckas die ganze Zeit... Trotzdem ist die Gebot. Aber ich würd sagen, bis zum nächsten Folge... Minecraft... So bist du nur, Janca, äh, Janca. Hey, wo bist du? Um, warte. To guess aber. So. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.